Ein kurzes Telefongespräch kann sehr sinnvoll sein. Dabei ermöglichen moderne Freisprechanlagen die direkte Wahl über Lenkradtastaturen oder Sprachprozessoren. Dieser Fahrer steht im Stau. Das folgende Gespräch hilft ihm, unnötigen Stress abzubauen. Herr Riemann? Ja, guten Tag Herr Riemann, hier ist Merkstein. Hallo Herr Merkstein. Ja, es tut mir furchtbar leid, aber ich stehe im Stau. Ich würde mich sicherlich eine halbe Stunde mindestens verspäten. Ja, ist gut, dass Sie anrufen, dann kann ich einen anderen Termin reinschieben. Lassen Sie sich ruhig gleich, Herr Merkstein. Ja, da bin ich ja froh. Wenn ich mich noch weiter verspäten sollte, rufe ich Sie nochmal an. Alles klar, danke für den Anruf. Ja, danke für das Verständnis. Tschüss. Er kann seine Fahrt in Ruhe fortsetzen.